Vielen Dank, hallo zusammen. Ja, wie bereits gesagt, ich heiße Florian Reimann. Ich arbeite seit drei Jahren bei der Toll Collect GmbH im Team Grunddatenmanagement. Pflegen wir eine digitale Karte und stellen verschiedene Modelle für das Maut-System bereit. Nachdem wir in den letzten Tagen viel aus der Community gehört haben, möchten wir uns nun als FOSS- und OSM-Nutzer vorstellen. Zunächst werde ich die Toll Collect und unser Maut-System vorstellen. Dann werde ich, da mich im Vorfeld bereits Fragen erreicht haben, inwieweit Toll Collect denn mit Geodaten oder GIS in Kontakt stehen würde. Daher werde ich auf diesen Punkt eingehen und im Anschluss dann die verschiedenen Anwendungsfälle. bei uns im Haus präsentieren. Also Toll Collect betreibt das satellitengestützte Maut-System für LKWs auf deutschen Autobahnen und einem Teil der Bundesstraßen. Der Betrieb läuft seit 2005 und wir machen das Ganze im Auftrag des Bundes. Wie wir auf der rechten Seite sehen, ist unser Hauptsitz am Potsdamer Platz. Zudem haben wir fünf Außendienststandorte über Deutschland verteilt. Wir sind rund 520 Mitarbeiter und Anteilseigner sind zu jeweils 45 Prozent die Deutsche Telekom und Daimler sowie zu 10 Prozent das französische Unternehmen Conferu. Das mautpflichtige Streckennetz umfasst etwa 28.000 Kilometer. Davon sind etwa 5.400 Abschnitte auf den Autobahnen angesiedelt und etwa 1.270 Abschnitte auf den Bundesstraßen. Unser Maut-System ist als duales Maut-System zu verstehen. Neben einem automatischen Verfahren, das satellitengestützt ist, gibt es ein manuelles Verfahren, bei dem sich LKW-Fahrer Tickets ziehen können. Dies möchte ich auf den folgenden Folien nochmal beschreiben. Beim automatischen Verfahren sind die Fahrzeuge mit Onboard-Units ausgestattet. Das sind heute etwa 700.000 in Deutschland und in den europäischen Nachbarn. Diese Onboard-Unit ist mit einem GPS-Empfänger ausgestattet und weiterer Sensorik für eine hochgenaue Positionsbestimmung. Des Weiteren ist ein GSM-Modul vorhanden, um die Kommunikation mit der Zentrale zu gewährleisten. Die Abschnittserkennung kann man sich dabei ähnlich wie ein Geofencing vorstellen. Nur in bestimmten Bereichen um das mautpflichtige Netz wertet die Onboard-Unit die Positionsdaten aus, führt zum Beispiel Map-Matching durch, um genau sagen zu können, auf welchem Abschnitt sich das Fahrzeug befindet. Durch rund 300 Kontrollbrücken an der Straße und mobilen Kontrollen durch das Bundesamt für Güterverkehr wird der Betrieb gemonitort. Die Berechnung der Maut findet auf dem Fahrzeugmodul statt, auf der Onboard-Unit statt und lediglich der Mautbetrag und eine Abschnittskennung werden an die Zentrale übermittelt. Entschuldigung. Nun der GIS-Einsatz in dem Maut-System. Zum einen werden GIS-Systeme und Geodaten benötigt, um die Modelle zu erstellen, die auf der Onboard-Unit bereitgestellt werden. Dabei muss man wissen, dass auf der Onboard-Unit keine komplette Karte abgelegt ist, wie bei Navigationssystemen, sondern nur dieses Geofencing-Modell. Nur diese bestimmten Korridore, in denen die Mautpflicht erkannt werden soll. Und diese Modelle werden in GIS-Systemen erstellt. Auf der Onboard-Unit findet das genannte Geofencing statt und für Einsatzplanung oder Standortplanung der Kontrolle werden weitere GIS-Systeme benötigt. Auswertungen finden über sämtliche Geschäftsbereiche statt und häufig auch mit GIS-Systemen, da viele unserer Daten einen räumlichen Bezug haben. Im Bereich der Kontrolle sieht es beim manuellen Verfahren genauso aus. Der Unterschied ist, dass die Fahrzeuge nicht unbedingt mit einem Fahrzeuggerät ausgestattet werden müssen, sondern dass sich die Nutzer auch Tickets ziehen können. Zum einen an den etwa 3.500 Maut-Terminals, an Raststätten oder an Tankstellen oder eben auch im Internet. Auch hier kommt es zum GIS-Einsatz. Zum einen müssen die Modelle für diese Terminals erstellt werden. Das ist ein Routing-Graf, der generiert werden muss, damit die Fahrer Start- und Ziel- und Wirrpunkte angeben können und dann eine entsprechende Route ausgegeben bekommen. Im Team Grunddatenmanagement ist unser Grunddatenmanagement-System das führende GIS-System. Das ist, man wird es hier nicht gerne hören, ausschließlich auf proprietärer Software aufgebaut. Das sind zum Beispiel Komponenten von ESRI oder von Logiball, die uns dieses GIS, wie wir es auf der rechten Seite sehen, bereitstellt. Unsere Datenbasis in der Produktionsumgebung kommt von kommerziellen Kartenanbietern, zurzeit von Navtec oder Nokia, wobei uns die Kartenqualität im Bereich des mautpflichtigen Korridors nicht ausreicht. Dort haben wir Bedarf an hochgenauen Geometrien. Daher pflegen wir dieses Netz seit zehn Jahren kontinuierlich weiter. Aus verschiedensten Informationsquellen ziehen wir Daten auch über oder Informationen über Änderungen im Streckennetz. Und nur aus der Kombination verschiedener Informationsquellen können wir die hohe Qualität der Geodaten im mautpflichtigen Korridor gewährleisten. Wir haben da zum einen unseren Außendienst, der täglich auf der Straße unterwegs ist und GPS-Tracks einfährt und uns über Baustellen informiert. Wir erhalten Daten aus dem Produktionsbetrieb. Ein Erhebungsmonitoring findet statt. Wir erkennen, ob es Lücken gibt in der Erhebung. Oder ob es Einfahrten an Positionen gibt, die wir auch nicht kennen. Außerdem werten wir Baustelleninformationen aus. Und wir betreiben auf GIS-Basis den Vergleich von Kartendaten. Darauf möchte ich auf den folgenden Folien etwas näher eingehen. Auf der rechten Seite sehen wir ein Beispiel für solche Änderungen, die wir detektieren wollen. Der grüne Pfeil stellt den Verlauf dar, wie wir ihn auf der Onboard-Unit haben. In den OSM-Daten, die hier dargestellt werden als weiße Linien, ist jedoch schon ein anderer Verlauf eingezeichnet. Und auch wenn es nur eine Verschränkung von wenigen zehn Metern ist, könnte dies einen negativen Einfluss auf unser Maut-System haben. Daher sind wir im letzten Jahr dazu übergegangen, neben den anderen Datenquellen auch OSM zu nutzen, um Änderungen zu erkennen. Denn Sie werden es besser wissen, oder Sie werden es genau wissen, es gibt unglaublich viele Änderungen im OSM-Datensatz. Täglich gibt es doch tausende neue Einträge und uns interessiert im Grunde nur das mautpflichtige Netz. Deswegen filtern wir diese Daten im ersten Schritt und betrachten nur einen Puffer um das mautpflichtige Netz und unsere Geofences. Zudem führen wir weitere Klassen ein, oder haben wir weitere Klassen eingeführt, die einmal die Änderungsdimensionen beschreiben und die Straßenklassen, die im OSM-Datensatz vorhanden sind, für uns interessante zusammenfassen. Im Ergebnis erhalten wir wöchentlich solch einen Datensatz auf der linken Seite. Dabei sind die Änderungsdimensionen über die Strichstärke kodiert. Die Linienfarbe gibt Auskunft über die Straßenklasse, die wir definiert haben. Und hier sehen wir, dass in dieser einen Auswertungswoche genau diese Änderung, man sieht keinen Mauszeiger, oder genau diese Änderung von dem System detektiert wurde. Trotz unserer Filter haben wir immer noch viele tausende Events pro Woche. Und daher haben wir einen ersten Aggregationsschritt implementiert, indem wir alle Änderungen oder Änderungskomplexe generieren, indem wir alle Änderungen der nächstgelegenen Anschlussstelle hinzufügen. Im Ergebnis erhält man solch ein Vorneumuster oder Thiessen-Polygone. Und so ist die Anzahl der Events, die wir manuell zu begutachten haben, auf wenige hundert pro Woche reduziert worden. Auf der nächsten Folie sehen wir ein kleines Histogramm dazu. Wir betreiben das System jetzt seit rund anderthalb Jahren. Seit einem Jahr führen wir genauere Statistiken. Und im letzten Jahr haben wir 38 Auswertungen durchgeführt, die über Betrachtungszeiträume von eins bis zwei Wochen liefen. Dabei haben wir über 87.000 Einzeländerungen detektiert, von denen 24.000 noch für uns relevant erschienen. All diese wurden von uns manuell gesichtet. Zu unserer Enttäuschung haben wir jedoch lediglich wenige hundert für uns relevant klassifizieren können. Und lediglich 17 wurden letztendlich als relevant für unsere Mautmodelle klassifiziert und unsere Modelle dementsprechend angepasst. Daher zu der Bewertung dieser Änderungserkennung mittels OSM. Wir haben erfreut festgestellt, dass die Datendichte von OSM-Daten sehr hoch ist, mitunter deutlich höher als die kommerziellen Kartenanbieter. Die Genauigkeit ist meist mehr als ausreichend für unsere Anwendung. Und ein großer Vorteil ist die hohe Aktualität der OSM-Daten, da zum Teil auch temporäre oder kurzfristig entstandene Verschwenkungen auf Autobahnen eingearbeitet wurden. Eine Schwierigkeit oder die Schwierigkeiten, auf die wir gestoßen sind, sind jedoch zahlreiche Kleinstkorrekturen, wie wir sie hier auf der rechten Seite sehen. Der linke Ausschnitt zeigt eine Bearbeitung an dieser Anschlussstelle Anfang des Jahres. Und dort wurden zum Teil Linienelemente um wenige Dezimeter verschoben. Und dies ist leider kein Einzelfall. Solches Rauschen gibt es zu 100-fach pro Woche. Und das stellt eine automatische Auswertung natürlich vor Schwierigkeiten. Ein anderer Fall sind individuelle Modellierungsvarianten. Das sehen wir unten rechts. Dieser Übergang zwischen der Beschleunigungsspur und der Rampe wird mal geglättet, mal wird eine Kante eingebaut. Und das ist leider auch recht inkonsistent über den gesamten Datensatz in Deutschland. Eine weitere Schwierigkeit besteht bei der Attributierung. Dort ist es zum Teil nicht eindeutig, welche Straßen nun zu Autobahnen gehören oder zu Bundesstraßen. Wobei es dort weniger Probleme gibt. Viel größere Schwierigkeiten haben wir dann bei Parallelwegen, kleinen Feldwegen, die für uns noch relevant wären, weil dort zum Teil LKWs fahren könnten. Diese aber nicht entsprechend oder als nicht befahrbar in den Daten getaggt sind oder eben andersherum. Es gibt noch weitere Einsatzgebiete von OpenStreetMap-Daten bei uns im Haus. Recht häufig werden sie verwandt, um Kartendarstellungen zu generieren für diverse Visualisierungen. Wir nutzen OpenStreetMap-Daten als Basiskarten in verschiedenen GIS-Systemen, unter anderem auch in mobilen GIS-Systemen, im Fahrzeug, wie wir es hier rechts sehen. Wir führen Befahrungssimulationen auf den Daten aus oder generieren Testmodelle. Neben dem Einsatz von OpenStreetMap nutzen wir auch freie GIS-Software. Häufig nutzen wir Quantum GIS oder auch verschiedene WebGIS-Systeme. Gute Erfahrungen haben wir mit dem GeoServer gemacht, den OpenLayers-Bibliotheken oder auch PostGIS-Datenbanken. Wobei wir dabei ganz klar sagen müssen, oder ich ganz klar sagen muss, dass es eher im Testbetrieb ist oder für Prototypen genutzt wird. Für die Verwendung im Produktivsystem hat man sich bisher noch nicht an diese frei verfügbare Software getraut. Nun möchte ich schon zu einem Fazit kommen. Keine unserer Quellen ist ausreichend, um allumfassend Informationen über den Zustand des mautpflichtigen Netzes zur Verfügung zu stellen. Daher haben wir OpenStreetMap als wertvolle zusätzliche Datenquelle kennengelernt. Die Datendichte und die Datenqualität ist für die meisten Anwendungsfälle mehr als ausreichend. Dennoch haben wir, wie eben genannt, verschiedene Schwierigkeiten mit individuellen Modellierungen oder inkonsistenten Attributierungen. Ich fürchte, ich bin etwas schnell gewesen. Dennoch bin ich schon am Ende. Ich möchte mich bedanken und vielleicht gibt es ja noch ausreichend Fragen für die nächsten Minuten. Danke. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wir haben noch Zeit für Fragen. Da hinten. Machen wir erstmal da. Dann muss ich soweit laufen. Vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage habe ich. Wenn Sie sagen, Sie entdecken Inkonsistenzen oder individuelle Modellierung, erwägen Sie dann auch, die Daten selbst zu korrigieren, also einzugreifen in den OSM-Datenbestand, um sie vielleicht für sich zu verbessern? Soweit sind wir heute noch nicht. Natürlich erscheint es sinnvoll, dass, wenn wir die Daten so im Detail betrachten und Inkonsistenzen entdecken, dass wir diese auch zurückspielen. Im Moment reichen uns dazu jedoch nicht die Ressourcen. Das ist ein relativ kleines Projekt, das auch nicht wirklich Mittel zur Verfügung hat. Und daher geht es uns in erster Linie darum, Änderungen zu erkennen. Und das Einpflegen in den OpenStreetMap-Datensatz ist im Moment noch nicht angedacht. Nächste Frage. Ja, meine Frage ging eigentlich in die ähnliche Richtung. Wenn Sie sagen, Sie haben Außendienstmitarbeiter im Außendienst, die Trecks abfahren, ist das billiger, als wenn Sie die visuell korrigierten OSM-Daten dann verwenden? Aber das haben Sie ja im Prinzip schon beantwortet. Die Ressourcen fehlen da, das zurückzuspielen. Deswegen eine andere Frage. Diesen Diagramm, das habe ich nicht verstanden, beziehungsweise das Voroneu-Diagramm. Wie Sie das erstellen und überhaupt nicht wie Sie das erstellen, sondern wofür Sie das erstellen? Was für einen Sinn das hat? Wir brauchen einfach einen Aggregationsmechanismus. Wir haben pro Woche 2.000 bis 3.000 einzelne Linienelemente, die als Änderung erkannt werden. Diese müssten wir jetzt nach irgendeinem Mechanismus zu Änderungskomplexen zusammenfügen, damit wir uns nicht diese 5.000 Einzeländerungen angucken müssen, sondern eben nur noch wenige 100. Und der schnellste oder einfachste Ansatz war es da für uns, diese einzelnen Elemente der nächstgelegenen Anschlussstelle zuzuordnen. Und dadurch ergibt sich dieses Voroneu-Diagramm. Hallo, wäre es auch eine Möglichkeit, dass Sie einfach mit der Community in Kontakt treten und dann Logfiles veröffentlichen und einfach ein paar interessierte OSMler dann sich mal nach den Wünschen, die Sie hier haben, wie es anders aussehen könnte, das dann auf einen Antrieb ein bisschen normalisieren. Einfach, weil Sie an dem Thema interessiert sind und an der Zusammenarbeit. So etwas ist bestimmt denkbar. Wir erhalten ja, also die Ergebnisse aus dieser Auswertung könnten sicherlich dementsprechend aufbereitet werden und der Community zur Verfügung gestellt werden. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, den ich sicherlich weiter verfolgen werde. Okay, hier vorne haben wir noch eine Frage. Ja, meine Frage geht dahin, wenn Sie jetzt eine relevante Änderung gefunden haben, was triggert das dann? Triggert das dann eine Kontrollfahrt, dass also einer Ihrer Mitarbeiter dann da langfährt und einen neuen Track aufnimmt? Genau. Die Daten sind zwar meist hochgenau, trotzdem verlassen wir uns im Endeffekt nur auf unsere eigenen Daten. Das heißt, die OSM-Daten oder die neuen Verläufe, die wir in der OSM finden, die werden nicht eins zu eins in unserem System übernommen, sondern triggern nur eine Befahrung des entsprechenden Abschnittes. Also es handelt sich bei Ihnen ja um Straßen, die alle irgendwie geplant und gebaut werden müssen und kriegen Sie keine Daten vom Bund irgendwie? Das ist leider nicht so einfach, wie man es sich wünscht. Es gibt inzwischen einen Mobilitätsdatenmarktplatz vom Bund, bei dem die 16 Länder ihre Baustellen eintragen können. Dieser wird leider nicht von allen Bundesländern genutzt und wenn auch sehr inkonsistent und daher können wir uns darauf nicht hundertprozentig verlassen. Das ist nur eine von vielen Quellen, die wir anzapfen. Laut Geodatengesetz müsste ja eigentlich der Bund die Daten öffentlich zur Verfügung stellen, Open Data. Wir haben diese Daten leider noch nicht gefunden. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine Meldung. Ja, dann danke ich für den interessanten Vortrag. Und wir haben jetzt ein paar Minuten Pause. Ich sehe keine Meldung. Ja, ich sehe keine Meldung.